So Leute, wir sind zurück von der Aufnehmerpause. Ganz genau. Mit Kapitel 3, Testkammer 5. Ja genau, äh... Los geht's. Das würde ich auch mal sagen. Ah ja. Also ich sehe schon mal, da muss ein Portal hin. Auch da. Und ähm... Warten mal kurz. Juhu. Oh, und schon sind wir beide oben. Wie geil ist das denn? Ja, nur jetzt sollten die Interferenzen weg sein. Äh, was? Ja. So wegen dem Ton. Achso. Ähm, du musst glaub ich dein unteres da hinschießen. Mein rotes? Jo. Dann kann ich da runter. Da unten, wo jetzt mein blaues ist, da. Okay. Jetzt machst du dasselbe. Weißt, dann... Ja, mach. Ja, mach. Gut. Okay. So, ja, dann... Geht's hier drüben weiter. Geht's da? Ähm, mal schauen. Achso, ja. Da, da, da. Ja, aber hier müssen wir rein. So als, naja, können wir natürlich nicht hüpfen. Ich denke mal, das... Mach mal dein Portal da hin. Deine... Nicht das. Ah, shit. Bring hier runter, mach das Brot dann hier hin. Und du, glaub ich, die Portale ein bisschen schauen, dass du sie ein bisschen gerader machst. Alter, das ist ja gerade, das ist ja auch. Mach deine Portale gerade. Mach mal gerade rein. Was ist da mit dem Fall? Na ja, siehst du nicht, dass es voll schief ist im Vergleich zu meinem. Mach einfach mal gerade über meinen. Dann bin ich nicht wieder wegfliegen, weil... Wenn das so verdreht ist, dann schau ich fliege durch andere Vertreter Portal auch so endgüpplich weit. Fick dich! Schau, so schaffst. Ja. Ja, ich bin zu spät gesprungen. So am Rand, das geht hier nicht. Ja, wohl, das haben wir sehr geschafft. Und wie er auch wirklich liebe Suppe. Vor allem Suppe, dich nicht identifizieren kann. Der Scheiß. Jetzt wahrscheinlich muss du jetzt noch dein Portal hinschießen. Da unten bist du ja. Ah, komm schon, jetzt soll ich reise durch. Ah, nein, es funktioniert anders. Du musst herkommen. Du musst da runter, geh da runter. Nein, warte. Es... Es... Funktioniert nicht ganz so wie gedacht. You don't stay. Hier. Du musst... Zu mir... Jetzt... Über das Portal. Wie? Da komm ich nicht rauf? Äh, nein, da nicht. Dann spring da wieder rein, da rauf. Los. Jetzt komm hier zu mir rein. Jetzt geh wieder raus. Warte, erst, warte, warte, warte. Ich schieße erst da ein Portal hin. Okay, und das andere? Warte, jetzt lasse ich sich selbst denken. Geh weiter, geh wieder zurück. Was zum Teufel soll das? So. Dahin, wo man sich hochkatapultieren kann, da oben. Und jetzt gehst du rein und fliegst da rauf. Das war gerade ordentlicher Fluch, Mann. Und jetzt musst du dasselbe irgendwie für mich machen. In dem du hier im Portal hinstellst, wo mein Testkar ist. Und da... Da, hier. Ich bin jetzt so, um noch ein... Jetzt geht es hier raus. Oh. Aus ist es, du da rauskommst. Müsstest du schon kann. Genau, aber wo geht es jetzt lang? Äh, da. Oder um ist das Ziel? es war eigentlich voll unnötig weil um da gar nicht bei dir auf müssen nein einer muss auf ich bin wieder hier runter um ich muss irgendwie schauen du musst noch mal zurück also du musst ein portal muss hier bleiben oder durchflugt dann bleibt er kann da warte mal kurz ich überlege mir was natürlich funktioniert ist du musst runter springen da war der Partal hingemacht oder ein Ruhmach ein rotes Teil springen hier runter und stirbt komm zu mir geht dahin und jetzt kannst du da ein Portal hinschießen solltest du zumindest können da an die Decke hier ist da unten ist denk doch mal mit hier jetzt Prozent muss darüber springen also muss ich noch mal dieses Kapitel ja ich muss es auch warte ich jetzt zuerst die Muster komm ich nicht rüber doch es kann ich immer noch von oben kann ich alles beschießen aus dem Leben natürlich ja dann schießt mal da ein Portal hin und der Bär wie komm ich zu dir raus ist da oben ein Portalplatz äh äh siehst du äh thank you come again nochmal dann muss ich wieder runter ja musst du also da hin da hin mit ein ich habe ich mache noch mal einfach da hin jetzt ich mache noch mal einfach da hin jetzt schon ich habe das hätte zuerst machen müssen da hin unten also wieder rüber springen jetzt auf das Ding runter springen Portal auf der anderen Seite gemacht ja du kannst auch springen und ich könnte das Portal umsetzen aber es ist glaube ich das ist sicherlich das muss nur nachkommen ich zuerst und dann musst du durch logikmäßig jetzt sollten das Wochenende die Leute er war ja so wie alles aufgenommen was ist ein High Five das ist nicht nein das müssen wir nochmal machen äh High Five weiß nicht war geil du wirst mir meinen Oberkörper wieder klauen das ist ein schönes Papier es wäre dennoch aufregend gewesen haben wir gerade beide verloren du hast High Five ich hab High Five Boom Robo High Five das gehört nicht zum Test ja ja und aber die Kamer Remotage Station ja was stimmt ja tja ja die HD PVR Blended also der Brand der braucht die jetzt nicht mehr der hat jetzt einen neuen Fernseher mit dem er das aufnehmen kann ich mich würde natürlich das heißt der zukünftigen Videos werden vermutlich sogar noch bessere Qualität haben als bisher ja wobei ich mir da nicht sicher bin äh inwiefern der Fernseher mithalten kann mit der HD PVR aber ja das werden wir ja dann sehen ja aber ich bin gespannt drauf eh ich definitiv auch ach ja daran kann ich mich auch noch erinnern so Iron Maiden ja geh vor irgendwie äh äh geh da hin da rein ja geh hier hin nein nein nicht da rein nur hier hin so dass du in das Portal reingehst so in das Portal drin und Stax ja jetzt jetzt hast du es geschafft jetzt musst du mir nur ein Portal hinten rein und dahin außer wenn ich das jetzt machen würde es wäre echt mies aber bitteschön ja äh das hilft irgendwie nicht so viel gerade ergebracht da rein darf ich dich umbringen mit zu seinen netten Freunden hier äh schau mal Alter die können nicht auf dich schießen wenn du um bist aber du unten runter hier oh shit da sind ja noch mehr hier oben du sagst du sie könnten nicht sie können wenn du oben bist ne 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 weil sie mit Licht unterstecken weil sie dich nicht mehr sehen ja warte ich komm gleich ich mach nur wo stehen die links oder rechts hier gell? beide Seiten wo hast du es gemacht? bist schon ok wir können einfach durch den Krümmern äh ducken wir uns kommt ducken wir uns kommt ducken wir uns nicht nur springen springen dann können sie uns treffen man ah voll auf dem Sack gekommen gerade hallo Klados ja hey da brauchst du etwas hey da hey da hey da